Ja, zu Recht. Er hat wichtige Punkte angesprochen, denke ich, aber was noch mehr hängen geblieben ist, ist auch die Zuversicht und der Empfang der anderen Leute. Also der Leute im Saal gewesen, das war Wahnsinn, das ist nicht selbstverständlich in dieser Situation. Ich glaube, das zeigt was für ein besonderer Verein. Das ist absolut. Also das ist Motivation und Verpflichtung zugleich, denn die Leute erwarten natürlich was. Also wir haben jetzt viel Kredit immer noch bei den Fans, was wir gehört haben, aber das reicht natürlich nicht ewig. Also wir müssen wieder was zurückgeben und damit wollen wir jetzt weitermachen.